Da bin ich schon wieder, ihr Lieben, mit ein paar extra News zu dem heutigen Thema um Luna. Einen wunderschönen guten Abend an all diejenigen, die heute das erste Video noch nicht geschaut haben. Ja, Freunde, also wie es ausschaut, gibt es eine Verschwörungstheorie, die Charles Hoskinson höchstpersönlich in die Welt gesetzt hat. Und zwar behauptet er, ich werde das auch gleich mit euch mal Wort für Wort durchgehen, dass BlackRock und Citadel dahinter stecken und dass die wohl in Luna bzw. dem Stablecoin UST ein Dorn im Auge gesehen haben und überlegt haben, wie sie diesen Stablecoin, der nicht mit Fiat-Währungen gedeckt ist, wie zum Beispiel Tether, sondern eben ein Stablecoin, der auf Algorithmen basiert, wie sie den aus dem Weg räumen können. Und da haben sie sich eine ganz, ganz ausgewiefte Sache ausgedacht und die werden wir jetzt mal gemeinsam analysieren. Es handelt sich dabei, wie eben schon erwähnt, um eine Verschwörungstheorie und es handelt sich ja also nicht um Fakten oder irgendwelche Wahrheiten, sondern es handelt sich hierbei um Annahmen. Und wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten sehen, ob sich da irgendetwas von bewahrheitet. Stand jetzt ist es und bleibt es einfach eine Verschwörungstheorie, dennoch wollte ich sie euch nicht vorenthalten. BlackRock und Citadel leiten sich 100.000 Bitcoin von der Kryptobörse Gemini. Das erscheint auch in deren Büchern und danach haben sie vorgehabt oder haben vor 25.000 Bitcoin in UST, also den Stablecoin von Luna bzw. den Stablecoin von Tera umzuwandeln. Das alles passierte leise und eben schon mit der Absicht einer Attacke, eines Angriffs. Als der richtige Zeitpunkt war, haben sie Don Kwan, das ist der CEO von Tera, kontaktiert und ihn gefragt, ob er damit einverstanden wäre, dass sie das Ganze over the counter lösen, also dass sie quasi ohne eine Börse einen richtig großen Deal machen. Und zwar wollen sie 25.000 Bitcoins verkaufen und das Ganze gegen UST tauschen. Don Kwan hat dann angebissen und er gab ihnen dann eben mit einem leichten Rabatt diese UST und hat damit automatisch seine eigene Liquidität signifikant reduziert. Also er hat damit eben sehr, sehr viele UST aus der Hand gegeben, die jetzt eben bei BlackRock waren. An diesem Punkt haben BlackRock und Citadel dann angefangen, den Bitcoin-Kurs zu drücken und nach unten zu hauen, haben wir die letzten Tage gesehen. Und das hat parallel auch dazu geführt, dass sehr viel UST benötigt wurde bzw. verkauft wurde und insgesamt da eben auch sehr, sehr viel Handel geschehen ist. Das wahre Problem hingegen ist ein ganz anderes und zwar habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, dass auf der Tera-Plattform eine weitere Anwendung läuft und zwar das sogenannte Anchor-Protokoll. Falls ihr mein Video zu Luna gesehen habt, habe ich euch da auch schon getriggert und euch gesagt, das Anchor-Protokoll ist in aller Munde und im Nachhinein kam wohl heraus, dass ihr sogar jährliche Returns dafür, dass ihr eure Stablecoins da versperrt, mit 20% angeboten haben. Also ihr lasst eure Stablecoins da liegen und bekommt am Ende des Jahres 20%. Das riecht nach Ponzi-Scheme und so haben das wohl auch BlackRock und Citadel wahrgenommen. Auf jeden Fall war ihr Plan, dass sie dann dieses Anchor-Protokoll so stark belasten durch diese Luna-Geschichte, dass alle Leute, die bei Anchor ihre Werttümer haben, ihre Stablecoins liegen haben, dass sie die auszahlen. Und das wiederum war dann für Anchor eine Nummer zu groß. Und hier hat BlackRock dann antizipiert, dass Anchor damit überfordert sei und dass sie gar nicht in der Lage sind, so viele Leute, die gleichzeitig quasi einen Bankrun machen, auszuzahlen. Das wäre so, als wenn ihr jetzt in einer riesigen Menschenschlange alle zur Bank geht und euer Bargeld abheben wollt, dann entsteht ein riesengroßes Problem und das nennt man eben diesen Bankrun. Und genau das ist im Prinzip auch beim Anchor-Protokoll passiert. Was hier besonders ist, das Anchor-Protokoll hat sehr viel Luna und damit konnte man dann eben auch den Kurs von Luna sehr, sehr stark beeinträchtigen. Im Endeffekt hat also das Ganze dazu geführt, dass sowohl UST als auch Luna sehr, sehr stark unter Druck geraten sind. Und als BlackRock dann noch seine ganzen UST verschäbelt hat, kam es dann dazu, dass auch nicht mehr diese Bindung an den Dollar möglich war und somit hat der gesamte Markt Panik geschoben. Das ist dann im Prinzip so eine Todesspirale und die Leute schieben Panik, wollen ihr Geld haben, aber eigentlich ist das genau das Dümmste, was passieren kann. Denn dadurch, dass immer mehr Leute ihr Geld haben wollen, entsteht immer mehr Panik und die Leute sind immer bereit, dafür weniger Geld auch ihre Coins zu verkaufen. Das heißt, plötzlich hat man einen Stablecoin, der eigentlich immer bei einem Dollar ist, war immer bereit für 90 Cent, 80 Cent, 70 Cent und teilweise, habt ihr gesehen, 50 Cent oder noch weniger zu veräußern. Und als dann der ganze Markt richtig schön gecrashed ist die letzten Tage und Bitcoin irgendwie 20% miese gemacht hat und auch der UST und Luna miese gemacht haben, da geht BlackRock jetzt mal schön auf Shopping-Tour und kauft sich richtig schön günstig Bitcoins. Also zusammenfassend 100.000 Bitcoin geliehen, 25.000 haben sie verwendet von den Bitcoin, um sich dafür UST vergünstig zu holen. Dann haben sie dann angefangen, die anderen 75.000 Bitcoin schön auf den Kopf zu hauen und schön zu verkaufen. Damit ist Panik im Markt. Gleichzeitig haben sie auch noch das Anker-Protokoll richtig schön angegriffen. Da haben die Leute noch mehr Panik geschoben, haben dann versucht, so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Ganzen. Und so entstand so ein richtig schön negatives Momentum, das sie sich zunutze gemacht haben. Und dann, nachdem sie ihre 75.000 Bitcoin losgeworden sind, die 25.000 Bitcoin für die UST losgeworden sind und die UST schön verkauft haben, ja, da haben sie sich gedacht, Mensch, heute ist ja richtig Shopping-Tour und haben dann wieder richtig schön eingekauft und von diesen vergünstigten Einkäufen dann Gemini bezahlen können, also die Bitcoins zurückgezahlt und wahrscheinlich noch einen ordentlichen Profit gemacht und ihren Wettbewerber, das war das Hauptding, aus dem Weg geräumt. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass das genauso abgelaufen sein könnte? Oder ist hier mal wieder sehr viel Krypto-Verschwörung am Start? Ich bin für heute raus. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr am Ball bleiben wollt. Und ansonsten euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Ciao!